Das schöne Subjekt, das schöne Objekt oder das Schöne, was lebt, aber auch das, was nur gedacht ist, die Schönheit oder die platonische Schönheit oder das Schöne überhaupt als abstraktes Substantivum. Das gibt es auch, verstehst du? Die manifeste Schönheit oder die gedachte Schöne, die imaginäre oder die Schönheit im Herzen, in den Gemächeln der Innerlichkeit und so weiter.